So, weil es sich ein paar gewünscht haben, stelle ich jetzt Lotte und Tamara vor. Ja, es sind zwei Babypuppen, wie ihr seht. Links, das ist Lotte und rechts Tamara. Genau, wir fangen mal an mit Lotte. Also, sie sieht so aus. Sie hat blaue Augen. Eine kleine Stupsnase hier. Sie ist hier ein bisschen orange. Und sie kann auch Schömer tragen. Hier von der Seite. Ja, und jetzt so kleine Hände. Wie man sieht, kann. Kleine, dünne, dünne Hände. Ist eigentlich ein Füßchen, also sie ist von der Marke Neewon Baby. Ja, aber ich spiele mit der nicht mehr. Und die hat irgendwie so einen Strampler an. Spezial Friends. Ich mache jedenfalls gleich Fotos für ihre Kleineanzeigen. Weil die habe ich noch nicht verkauft. Und die hat irgendwie hier eine Windel an. Große Eis. Und ja, und drunter irgendwas. Ne, jetzt nichts. Und die Tamara ist angeboten. Ohren. Die hat etwas dunkle Haut. Ein Schnuller. Ähm, dann ein Haarband. Dann ein Oberteil, im Blau. Zwischen Knöpfen. Ich habe mich mal von der Firma gekauft für 8 Euro, aber die verkaufe ich für 10 Euro. Auf die Bekleidung abzeigen. Und ja, und dann hat die noch so eine Hose an. Ja, die Füße. Ähm, ja, und das war's schon mit den beiden. Ich wollte die nur mal kurz vorstellen. Aber ich verkaufe die. Weil es hätten sich ein paar auf Instagram gewünscht, dass ich so ein Video mache über sie. Also nicht mal zeige. Deswegen. Ich mach den Schuh raus. Mann. Ja, eben. Das fokussiert jetzt irgendwie nicht so gut, aber so sehen die beiden aus. Das ist ein älteres Modell von der Babybohren und boah.